Jo, meine Freunde, willkommen zurück bei einer neuen Runde Let's Play GTA San Andreas. Und da ist gerade ein Flugzeug verschwunden. Ja, im letzten Part waren wir eine Runde Quad Fun mit Catalina, weil wir das Geld brauchen. Wir waren jung und dumm und brauchten das Geld. Und ich würde sagen, wir machen gleich nochmal ein bisschen von der, weil wir gleich hier sind. Also, labere ich mal nicht so viel und fangen gleich an, ne? Guncoting. Hey, Catalina, es Karl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. All right, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Karl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. All right, I'm coming. Look, baby, I really need that paper. Oh my God, what in hell's name is that? This, you fucking prick, this is a rock. I'm gonna torture your sorry ass. No, baby, no, please, no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please, I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow. Hey. Oh. Ow. Damn. Oh, shit. Jess, faster, harder, deeper. Oh, Jess, 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 Jess. Maybe we can go out and rob now? Okay, an einen Schlaumeier von euch. Ich wusste natürlich, dass wir das schon gehört haben, aber ich wollte es einfach noch mal hören, okay? Ähm, letzten Part haben wir am Ende so übelst gefailt. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Ich glaube, Catalina ist gestorben aus irgendeinem dummen Grund. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das passiert ist. So, ich mache jetzt mal das Radio aus. Dann fahren wir mal bei Nacht. Obwohl wir auch so entspannte Musik zu K-Los führen. Genau. Dann fahren wir einfach mal hier. Das ist wieder das Wettbüro, das ist wieder das Wettbüro. Okay. Dann lasst mal ausrauben. Ja, du weißt nicht, Carl? Hier, Carl. Satchel-Charger. Was in der Hölle hast du jetzt bekommen? Nein, jetzt haben wir schon 17 Rucksackbomben. Also wenn man am Anfang Bock hat, ein bisschen zu sammeln, dann kann man eigentlich hier immer failen und dann Rucksackbomben sammeln. Das geht ganz easy. So. So, dann haben wir gleich mal hier die Tür eingesprungen. Öffne die Tür. Spiel getan. Hat man vielleicht gemerkt. Ah ja, halt die Fresse. What the fuck? Äh. Hä? Äh. Hä? Also ohne Scheiß, was ist passiert? Wir sind so rumgegangen. Das ist ja scheiße. Jetzt könnt ihr doch gleich mal in den Arsch ficken, ey. Boah, und ich hab jetzt keinen Bock, also wegen euch, dass ich jetzt wieder dahinter zu Catalina lauf. Deswegen lade ich jetzt einfach nochmal. Wie kann ich denn laden? Geht hier gar nicht, ne? Neues Spiel starten, ne? Genau. Ne, ich geh jetzt mal raus. Oh, das war jetzt doof. Ah, ich vergesse es immer. Ja okay, dann starte ich das Spiel kurz neu und wir sehen uns gleich wieder. Ne, also. Töööööööööööö! So, da sind wir wieder. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so dumm bin. So, jetzt aber. Ich weiß, ich weiß. Es ist alles ein bisschen... Ich bin nicht der Schlauste in dem Spiel, ich weiß. Ich weiß auch nicht, warum wir da umgefallen sind. Wir hatten wenig Leben, aber trotzdem so. Ja, ja. Naja. Die Kisten immer wollen wir jetzt nicht nochmal. Wir rauschen da jetzt einfach nochmal. Aweber. So, komm, steigen Sie ein, Madame. Jetzt mal ein bisschen... Am K-Rose. Einfach mal so ein bisschen entspannend. Das sieht bei dem ganzen Genre wie... Ähm, okay, was die da redet. Ich hab da grad mal reingelesen und es klingt nicht so geil. So. Ja, ja, hatten wir schon, hatten wir schon. Darf ich bitte überspringen? Dankeschön. La, la, la. Ja, ja. Ja, ja, du bringst ihre Familie und alle um. Das ist schön. Ich würde das gerne überspringen, weil dein Geschrei geht in der Lage, nimmt ziemlich auf die Schoko-Eier. Ach, komm schon. So, dieses Mal gehe ich extra weit weg, dass das nicht nochmal passiert. So. Hö. What the fuck, ey. So. Ja. Da war noch Geld drin. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen, CJ. Na, also diesmal fallen wir irgendwann nicht tot um. Du siehst doch schon mal was. Verpisst euch. So, ey. So, und ab geht's zum Pain-Spray. Hoffentlich klappt das alles noch ein bisschen besser. Aber mit der geilen Mucke muss das ja glatt gehen, ne. Also, ich kann ja gleich Boss-Haus hören, ey. So, wie fahr ich denn am besten? Ja, okay, ich fahr richtig. Ich fahr richtig. Das erste Mal im Spiel, glaube ich. Alter, Scheiße. No! Gott, bin ich dämlich. Ich bin so verdammt scheiße dämlich, ey. Wieso passiert mir das eigentlich immer wieder? Oh, komm, ey. Kann ich irgendwo aus dem Wasser? Na komm, du hast es doch gerade noch gegriffen, du Sack. Ja, komm. Du bist doch behindert, ey. Scheiße. Okay, dann gehen wir mal eine Runde schwimmen. Ah, die Abkühlung tut aber auch gut, ey. War alles geplant. Alles geplant. Irgendwie habe ich so ein Flair für diesen Fluss. Ich weiß auch nicht. Das passiert mir unheimlich oft, dass ich hier reinfliege. So. Ach, komm schon. Komm aus dem Wasser, CJ. Muss ich jetzt wieder bis zum Grünen schwimmen? Und die Cops, die schießen aber auch nicht auf uns zu sehen. Also, langweilig. Die machen es gar nicht spannend. Ah, guck, da habe ich schon bloß nur drei Sterne. Was sagst du? Wofür? Kann das eben vielleicht so zehn Minuten sein? Okay, danke. Ah, nur Termine, ey. Nur Termine. So. Ja, komm, du auch noch. Bäh. Ah. Du, man weißt, das sind die Cops so dumm und könnten. Kommen da noch welche? Ja, auf jeden Fall. Die Cops können nicht schwimmen. Keine Ahnung, warum. Die können es auf jeden Fall nicht. Okay. Wir tun mir jetzt ein Auto, womit ich ins Paint Spray fahren kann. Jetzt ist es so still hier. Das gefällt mir gar nicht irgendwie. Da habe ich einfach aus, dass ich den Ton bei meinem Headset runtergedreht. Oh ja, hatte ich. Ich schießt die auf mich, ihr Wichser. Ja, die schießt ja wie in die Gegenseite. Ja, ne, das war Katarina wahrscheinlich. Oh, Headshot. Na komm, Kat... Ach ja, stimmt, das kann ich ja nicht benutzen. Oh, Alter. Na toll, ey. Ist das doch... Das ist doch Wichse, ist das doch... Alter, ich... Ich f***, ey. Ich f***, ey, ey. Ey, ey, neau. Ich bin so scheiße schlecht, ey. Und du musst dran glauben, du Sack. Alles deine Schuld, du hättest ja Cowboy-Fuzzi. Und nur wegen deiner scheiß Kantenmusik frisst das, du Wichser, ey. Was guckst du, ey? Kann ich denn nochmal... Ach, doch so. Hoi, ja. Bam. Bam. In die... Ah ja, in die... Ach, okay. Alter, okay, ich hab echt... Ich hab keinen Bock mehr, ey. Letzter Versuch. Ich muss... Ne, ich will eigentlich... Ich muss eigentlich nur das Level starten. Level neu laden. Okay, letzter Versuch. Ich geh jetzt nochmal raus. Bis gleich, Leute. Haut rein. Ja, ciao. Ja, Leute, da sind wir wieder. Hammer geil, ey. Versuch Nummer 4. Und jetzt machen wir den Scheiß, ey. Jetzt mach ich das. Also wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann mach ich das offscreen, ey. Das kann ja nicht sein, ey, dass ich mich so bescheuert anstelle. Ins Wasser, fahr mein Auto hoch, jage eine Bullenkarre, nehm, die ich absprayen kann. Das ist doch scheiße, ist das doch, ey. Aber ganz im Ernst. Oder einfach tot vor der Tür umfall. Das war ja auch mega fail. Ja, ja, lass mich meine Eier aufpassen, ey, P.G. Oh, ey, ich kann kotzen. Und ich hab jetzt immer geladen und bin nicht rumgefahren, weil wir einfach keine Waffen hatten. Und ein bisschen Geld war weg. Und ich hätte da nochmal ewig laut schimsen. Da hatte ich einfach keinen Bock da. Okay, so ewig nicht, aber trotzdem. Ah, hör auf. Halt die Schnauze, Lara Croft. Ey, die sind echt aus wie Lara Croft irgendwie gar so aus dem Blick. Ganz komisch, ob ich nicht mal Lara Croft kennen, aber irgendwie ändert sich mich an die. Ganz ganz komisch. Alter. Fickt euch Huren, Söne. Alter, komm bitte. Geh kaputt, du Scheißteil. Ich werd mich in die Duft jagen, oder? Nein, ich lebe noch, ich lebe noch, ahhh. So, friss das safe. Geh. Na also, dankeschön. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Die Aufnahme ist schon wieder voll für Marsch. Ich bin aber auch im Kontext, ich war jetzt bis zum, bis, ja. Halb sieben bis jetzt um zwölfe war ich arbeiten, im Fanjob. Ist Montag und wir sind jetzt, ich bin jetzt schon mit zwölfe heim, weil heute die neue Couch gekommen ist. Bei uns in die, da mussten wir die an, ja, ins Haus, wo Arika wir irgendwie so halt da reinschaffen. Wir müssen schon mit helfen, das haben wir da schon früher aufgehört. Die restliche Woche werde ich halt dann noch auf Völkzeit arbeiten. Heißt, ich bin dann nicht so lange da. Das heißt, ich werd dann wahrscheinlich heute so ein bisschen im Voraus aufnehmen und dann so immer, wenn ich, wenn ich nicht zu Hause bin, wenn ich auf Arbeit bin, die Videos dann rennen und dann am Abend hochladen. Irgendwie so werd ich das schon hinkriegen. Bloß, dass ihr es wisst. So, diesmal nicht in den Fluss. Oh, ey, die Musik, wir geben jetzt auch auf die Eier, ey. Das kann ich jetzt echt nicht vertragen, oh Scheiße. Ah, so gut das Spiel auch ist, ey. Aber jetzt geben wir gar nicht richtig auf die Eier. Ja, genau, schieß noch auf die. Man hört ja nie auf, uns zu jagen, ey. So. Ja, endlich einmal Leben in Pain Spray angekommen und umlackiert. Das ist doch mal schön. Das, oh. Wollt ihr, wollt ihr mich verarschen, ey? Okay, ich wollt eh keinen Pink, aber trotzdem, ey. Das kann's doch nicht sein, ey. Wir machen jetzt nicht die gleiche Scheiße wieder. Oh, jetzt ist das ein Dunkelpink. Das ist ja schön. Lass mich ja, ey. Geh' mir nach Hause, Carl. Okay, schau, aber wir müssen über was sprechen. Was? Was muss ich dir sagen? Du bist eine große Frau und alles. Aber du musst dich aufhalten. Ich weiß, dass ein paar kaltblöde Katzen nicht so wie du. Oh, du bekommst eine Lyonesse. Du willst einen Pussigot? Nein. Nein, ich will nur... Du weißt, warum ich so so lege? Nein. Oh, ist das süß. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Bullen, hört auf. Bitte, nicht das. Nur ein bisschen reißen. Das ist ja voll unauffällig, wenn wir einfach so über die Wiese oder auf den Berg raussprattern. Raussprattern, was auch das. Während sie irgendwie grad zu jemanden suchen, müssen wir irgendwie von kommen. Okay, für läppische 2000 Dollar haben wir jetzt die Mega-Scheiße abgezogen. Das kann's doch nicht sein. Okay, ich muss jetzt ein bisschen Frust abbaugen. Und da beende ich mich mal. Alter, halt die Fresse hin. Ich geh jetzt nicht über, nee. So. Also, ich speichere dann mal, ne. Und... Puh. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play. GTA San Andreas. Haut rein, Leute. Und bis denn. Ciao.